Je nachdem von welcher Richtung du kommst, hier hat auch wieder rechts vor links mit Gegenfahrt ja auch Linksabbieger und Vorrang, das ist von dem Programm. Meistens hast du auch Fußgänger hier. So, und dann ziehen wir jetzt mal hin und dann siehst du schon hinten den grünen Pfeil. Genau, weil dann ist nämlich die Fahrtrichtung vorgegeben und der Fußgängerüberweg ist hier saublöd, weil jeder der einkauft, das siehst du nämlich rechts nicht, die kommen dann nämlich rausgefletzt. Die kommen rausgeschossen und wenn du hier nicht genau guckst, nimmst du einen mit. Ja, ansonsten müssen wir nach links und Verbot der Durchfahrt sehen wir hier vorne mit Gegenverkehr als Linksabbieger wieder Vorrang und hier links auch wieder weit ausholen, weil wenn dort einer kommt und die gucken nicht richtig, dann war die Straßen auch wieder blöd gelaufen. Ja, das ist eine schöne Ecke. Traumhaft. Da erlebst du richtig was. Da erlebst du...